Okay Ich weiß nicht, die Eule kann heilen, ne? Dann musst du halt gucken, dass du ihn rechtzeitig auf 4 setzt Magier kommt halt auf Dauer weg, ne? Kannst du bei mir? Nein Loil Die gehen auf mich Komm schon, Digga, halt durch Fuck Der Dudu ist weg Fitch wieder auf den Dudu Auf den Match Falken, schade Dudu down Krass Ich schicke ihn zu mir Hello Wetteschön Und Tschüss Fisch ist weg Komm, ey Nicht rollen Wetteschön 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 Mach das Geht's auf den Anholi Loil, loil, loil Oh, der Munger ist low geil Mach trotzdem den Anholi, ja? Wetteschön Ja, natürlich Ja, der Wetteschön Der Anholi kann nicht spielen Hier Jetzt Gargold ist raus Ich bütch die Presi Ja, der ist richtig low Der kann nichts Dann ist er gut Du musst ja eigentlich keine Sorgen mehr machen Der Monk ist gleich in 10 Sekunden oben denk ich Nö, der ist irgendwie noch voll Ok Ich krieg ihn aber nicht geheilt Schwer Er guckt doch Warst du schon unter 100%? Ich? Ja Bis jetzt gerade Er hat keinen Burst mehr, also von daher hat er schon verloren Halt das Einfluss, bevor ich Panik hab Habst du den Monk anheben? Ab ihn Ab ihn Heiß Hau ihn um, hau ihn um, hau ihn um Down Werte Sache Hast du ihn mit aufgenommen? Ja Ich meine, dass wir dich jetzt nicht so mit sonst schmücken sollten, ja? Nein Nicht mit so einem Nob Monk, ey Aber, dass der Trotz des Elbe Anholi nicht spielen konnte Das hat man dann ja Der spielt in etwa so wie ich Die nehmen dich halt nur auseinander Das kriegt ja nicht geheilt Das kriegt ja nicht geheilt Das kriegt ja nicht geheilt War das weggefehlt? Ja Ich glaube dann Ablobe dann Warten das weg Ich übernehme Hey Hab ihn Hauen um, hauen um Nic Tippt Okay, jetzt verstehe ich das von... Ah! Ja, jetzt verstehe ich. Ich habe mir ein neues Add-on besorgt, das heißt Nixbotik. Und durch dieses Add-on sehe ich, wie viel Heal absorbiert wird. Also wenn er sich heilt, wie viele absorbieren könnte. Okay. Was haben die Herren denn so viel live? Was ist ein Tauru? Tauru und wahrscheinlich auch aus Dora. Oh, Tauru hat gezogen. Hä? Kein Ding. Ich jetzt auch. Ich denke, Plan. Geht den Pader? Ich bin übernommen. Ist raus. Ist raus. Jetzt verstehe ich komplett. Ich habe gerade den Sinn von Nixbotik verstanden. Mhm. 1, 2, 3... 1, 2, 3... TÜSS! Super! Jetzt gewinnen wir öfter. Zumindest gegen Heiler kommen wir. Ich habe verstanden. Ich habe endlich gecheckt, was Nixbotik kommt. Wo der Frott kankt hier heute. Dann lassen wir den Frott auf dich gehen. Das Ding tut ja eh nicht. Ich tut ja eh krass, oder? Ja, nicht so weit zu mir. Dann kriegt er ja nämlich zwei Frott. Wirds jetzt auf dem Feuer? Ja. Halt kurz durch? Jo. Noch bin ich relativ gut dabei. Okay. Jetzt ist nämlich auf Feierabend. Und zwar genau. Jetzt. Boah, fies. Jetzt ist das Match vorbei. Ich bin im Schieb. Boah, ich bin im Pokal. Trotzdem Pokal. Oho, und im D? Mit zwei. Boah. 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 Boah.